Ich habe nicht mehr viel Munitionen. Springfield Munitionen. 100 Magazine. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Der hockt da immer noch hinter dem Ding. Müssen wir noch ein bisschen warten. Wenn ich gerade sehe, sind wir auch schon im zweiten Teil angekommen. Der ist jetzt gerade hinter den LKW. Okay, ich muss jetzt auf, weil da kommt die nächste. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich weiß nicht warum ich immer ins Bein schieße. Oh ja. Ich muss den kriegen. Ach du Scheiße, da kommt ein Panzer. Schade. Ah. Ach du Scheiße. Was war das denn? Ist das auch der Panzer? Naja. Wir müssen ihn da. Ich weiß nicht. Wir müssen gleich gucken wenn er rannt. Wir müssen eigentlich die ganze Zeit ihn im Auge behalten weil... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Tja Ah man, ich muss den kriegen Tja Tja Ah man, ich muss gucken, dass der Dass der da rauskommt Und dann muss ich ihn kriegen Müssen wir die anderen ein bisschen vom Leib halten Und dann Weil wenn gleich der Panzer kommt Dann ist es scheiße Ich hoffe mal, der kommt jetzt gleich Aha Na siehe da Da fällt er Und da liegt er Mission erfolgreich Ist ja gut Ähm Was haben wir denn noch Herausforderung DLC Gibt's nur das eine Killserie Kreuzberg Hauptquartier Gucken wir mal, was das ist Dann machen wir jetzt mal als Kadett Das war nämlich eben Ein bisschen blöd Aha Dann schauen wir mal Gucken wir mal . keine Ahnung Also Aber Bälle abgeschlossen Ging ja noch So Welle 2 Töte den Eindringling! Kontakt! Töte den Eindringling! Ah! Hör mal, das war ja jetzt auch mies! Das war ja jetzt auch wirklich mies! Tja! Ne, das finde ich irgendwie blöd! Gucken wir nochmal, was da noch so gibt! Ne Herausforderung! Killserie! DLC! Da gibt's nur das da! Gucken wir mal, was das ist! Oh, als Kadett Ja! 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 Ja, jetzt vielueromed! Ja! Ja, guck 3 So, die erste Welle ist vorbei. Und die neue Welle beginnt jetzt.